Hey Friends, ich habe mir ein neues Konzept überlegt, und zwar Videos, in denen ich euch Fakten über bestimmte Themen verrate. Einfach halt so Themen wie, keine Ahnung, Minecraft. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Fakten über Minecraft. Let's go! Notch heißt mit vollem Namen Marcus Notchperson oder so. Das Spiel erschien erst am 18. November 2011 für den PC. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie dachte ich, dass es schon älter ist. Und davor gab es es nur für Android. Minecraft wurde in knapp zwei Jahren 26 Millionen Mal verkauft. What the fuck? Das Spiel wurde erst durch Let's Plays auf YouTube richtig bekannt. Und einer der beliebtesten Let's Player dieses Spiels ist... Trommelwirbel, Trommelwirbel! Kronk! Das weiß sogar Wikipedia. Der wohl bekannteste Mob in Minecraft ist der Creeper. Das kann ich bestätigen. Der Creeper war das einzige Monster, das ich kannte, bevor ich Minecraft selbst hatte. Und ich habe nicht mehr mit irgendwelchen Freunden über Minecraft geredet, die es schon hatten. Der Creeper sollte ursprünglich ein Schwein werden. Wie kann aus einem stinknormalen Schwein nur so eine Missgestalt werden? Es gibt einen Seiten namens Minecraft-Wiki, wo wirklich alles über Minecraft steht. Zum Beispiel kannst du nach Eisentür suchen und dann steht da alles über die Eisentür. Und eine Anleitung, wie du eine Eisentür craften kannst. Und was man mit dem Getrafteten machen kann. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt einen grünen Daumen nach oben oder einen roten Daumen nach unten, wenn's euch nicht gefallen hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich noch so für Faktenvideos machen könnte. Dann geht es hier zu meinem Video Fakten über Harry Mopf und hier zu meinem letzten Video überhaupt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Einer der beliebtesten Let's Player, die... Das war's nicht bei mir. Wirklich, Mann. Scheiß Eiliger. Das war's nicht bei mir.